Wir haben, Christoph, wir haben oben deine zwei Panzer überrannt und dann hat es noch geschafft, bevor meine alten Jäger-Divisionen da reingekommen sind, noch eine Marine-Einheit hat es geschafft, da rein zu jolon, bevor wir die Provinz erobert haben. What the fuck? Wie geht das? Obwohl es abgetrennt war, er hat sich durchgeschlagen zu den feindlichen Linien. Was zum Teufel? Ja, das ist sowieso ganz, ganz, ganz komisch. Das ist weird as fuck hier. Ja, schau mal, ich sehe hier lecker schmecker, aber wir gehen die unten rum. Hier lecker schmecker? Ja, hier gehen wir rum. Ja, ja, ganz genau. Das sind die wichtigen Einheiten, der Rest ist nur Müll. Das weiß Christoph auch, dass es nur Müll ist zum Auffüllen. Da immer wieder einen Blick nach Europa werfen, nicht das Meer hier. Oh, da ist da. An Nordfrankreich. Da kommen wir hin und 2K Flugzeuge rein. Es wäre geil, wenn da jemand mal einen Angriffskrieg führen würde in Nordfrankreich. Wie kriegt man denn den Deutschen dazu, hier einen Angriffskrieg zu führen? Vermutlich gar nicht. Ja, wobei, die Flugabwehr muss auch Flieger runterschießen. Ja, ja, minimal. Warte, ich schau nach. Ja, gar keine. Ach ja. Momentan auch nicht. Ich habe die Flugzeuge an Flugabwehr verloren. Also ich sehe eigentlich bloß, dass ihr eure Bomber stört quasi, Interrupted. Ja, ein paar werden sicher auch abgeschossen, aber es sind zu wenig von mir im Anfang. Ich hatte hier gerade X-Bomber von Flugabwehr zerstört. Hm, sehr gut. Moment. Moment, ich muss mich wieder um Russland kümmern. Das sind meine Panzer. Warum? Ich muss mich wieder um Russland kümmern. Gut, ich muss mich wieder um Russland kümmern. Gut, ich muss das nicht. Ich muss mich wieder um Russland kümmern. Alter Schwede, wen muss ich ficken, damit ihr euren Scheißangriff hier fortsetzt, ne? Hey, Frankreich. Was noch? Was noch? Was noch? Was noch? Na ja, ich gehe ja schon. Das Problem ist, Westeuropa ist nur lästig, mir nicht, aber es ist lästig belastend. Hör mal, die Anzahl an verschiedensten Meldungen und sowas, die die ganze Zeit per Sound einploppen, das geht auch nicht auf die Nerven. Nee, gar nicht. Nee, nee, das ist super, das muss man auch nicht ändern. Und vor allem, es sind auch drei, vier verschiedene, die gleichzeitig immer klack, klack, klack. Aber es geht nonstop so. Warum? Schauen wir mal. Polen hat schon 400.000 Mann verloren, das ist nicht gut. Mal, bist du davon in der Luftwaffe? Bitte? Mal, bist du davon in der Luftwaffe? Wahrscheinlich nicht, das wird anscheinend nicht angezeigt, schon. Jetzt habe ich es kapiert. Jetzt weiß ich, warum die Luftschlag so schlecht aussieht. Was? Du schießt nicht meine neuen Düsenjäger ab, von denen ich gesprochen habe. Du schießt die 10.000 alten Flugzeuge ab, die ich auch in der Luft habe. Ja, aber das... Die sind die Opfer. Das ist eine andere Geschichte. Weil ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich denn immer mehr Jetfighter dazu bekomme, als ich eigentlich im Einsatz habe. Das Lustige ist, dann hast du ja... Uh, schau mal. Oha, die Front ist verweist. Der Amerikaner zieht sich zurück. Ja, also, eine sichere Stelle. Weil die U-Boote uns so hart den Hoden abquetschen, dass wir dort mal ein bisschen Luft an die Eier lassen müssen. Das sind interessante Ausdrucksweisen. Ja, dann bitte hier alles auf Angriff, Sowjetunion. Sie haben Zeit, sie haben die Möglichkeit. Einschließen, so viel wie geht. Ich möchte gerne den amerikanischen Präsidenten zu einer Konferenz bitten. In 15 Tagen, weil wir Krieg haben. Ja. Wo der französische Monarch jetzt seinen Fehler bemerkt hat. Wo bleiben denn die modernen Flugzeuge? Die lasse ich erstmal am Boden. 5500 sind in der Luft, da. Mal schauen. Was sind denn das für Flugzeuge? 5559 aus dem Französischen Reich. Okay, kann ich auch sehen, welche das sind. Das habe ich auch schon geguckt, aber irgendwie zeigt es mir das nicht an. Bei den Bodenmissionen wird das immer angezeigt. Ich sehe es ja bei mir selber noch nicht mal. Ich habe Hummel MK1. Habe ich da. Also ich kann es nur an der Zahl festmachen, was meine Flugzeugproduktion sagt. Was macht denn die? Die sagt, ich habe mit jedem Tag mehr Flugzeuge zur Verfügung als den Tag vorher. Was bedeutet, es können nicht mehr abgeschossen werden, als ich produziere. Ich bin mit 23.000 Düsenjäger 2 in den Krieg gestartet. Jetzt habe ich 27.000. Das ist gut. Das ist gut. Das freut mich. Ich hätte sogar gedacht, dass ich ein größeres Problem mit Öl bekomme. Aber dank der Sowjetunion. Ist es eigentlich super. Wie gesagt, oberster Fokus natürlich auf die Panzertruppen setzen, wenn das geht. Aber die wurden schon abgezogen bis unten im Süden. Wird der Comrade. Ja, ja, klar. Aber ich glaube, unser Termin ist da. Wird der amerikanische Präzident. Guten Tag, guten Tag. Hallo. Der Kriegsverlauf ist sehr, sehr tückisch. Wohl wahr. Ja. Und diese herrschen Worte, die zu Beginn gefallen sind, das war ja nur Schauspiel. Oder? Na, wir können unseren Krieg so nicht fortführen, wie wir uns das vorgestellt haben, durch die starke U-Boot-Waffe der Comintern. Comintern haben tausende U-Boote gebaut. Interessanterweise ist es vielleicht nicht intelligent, das zuzugeben, aber der sowjetische Politrat hat die U-Boote-Produktion ein bisschen aus den Augen verloren. Es war tatsächlich nicht geplant, tausende U-Boote zu bauen, aber... Nee, wir haben durch unsere Spione, können wir auch zugeben, gesehen, dass der Sowjet viele U-Boote gebaut hat und dass wir aufgeklärt haben, dass es sich nur um U-Boote handelte. Und wir wussten dann natürlich, okay, das können ein Problem werden, aber dass wir nicht ein einziges U-Boote aufklären können, ist... Das ist was anderes. Also, wenn sie verstehen, die U-Boote sind unsichtbar und töten alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und sie können nichts dagegen machen. Ich verstehe das. Das ist richtig arschig. Aber naja, gut, dem ist jetzt einfach so, das ist ein Krieg, den sie nicht gewinnen können. Oder sind wir uns da einig? Also, sie werden nicht verlieren, aber sie werden schlussendlich wieder vom asiatischen... Es würde sich um einen ewigen Stellungskrieg handeln. Ganz genau, denn das wäre eine Ressourcenverschwendung und auch eine Zeitverschwendung, sind wir ehrlich mit mir. Wäre eigentlich darauf bedacht, diesen grässlichen Krieg zu beenden. Und das ist schnellstmöglich. Wir könnten uns auf einen Status quo einigen, wie er zu Beginn dieser Feindseligkeiten stattgefunden haben. Und dass wir gemeinsam den Krieg gegen Frankreich und England fortführen. Allein durch die Ressourcen, die hier frei werden in diesem Bereich, sollte England innerhalb von einem halben Jahr fallen können. England ist zwar gut verteidigt, aber wie gesagt, die Luftflotte ist des Feindes extremst bescheiden. Ja, der Franzose hat jetzt tatsächlich neuere Flugzeuge in der Luft bekommen, aber wir sind nicht genug. Dort, wo er 5.000 einsetzt, setzt sich 8.000 ein. Dort, wo er 10.000 einsetzt, setzt sich 15.000 ein. Es wäre zu unserem aller Vorteil, wenn wir den Krieg auf Frankreich und die Britische Union konzentrieren würden. Oder zumindest, wenn sie sich um das integralistische Brasilien kümmern würden. Und uns die Feindseligkeiten in Europa wenden lassen. Was sagen sie? Sie müssen auch auf die Basisstabilität ihres Landes achten. Ja, die haben wir wieder kontrolliert nach oben bekommen, zum Glück. Wir waren bei 20% Rohr-Support durch die U-Boote. Ja, das ist übel. Das muss man sich mal vorstellen. 20% Ich habe nicht mal gesehen, dass bei mir Konvois verloren gehen. Ich wurde nicht mal informiert. Ich sehe auch, dass sie sich ins Gebirge zurückziehen, aber das Gebirge ist nicht überall. Es ist nur in der Mongolei. Ich habe einfach nur Rückzugslinien erstellt. Was sagen Sie? Kein Handschlag? Ja, wir sind uns noch nicht ganz sicher. Wie kann ich Sie davon überzeugen, dass wir das zu Ende bringen hier? Natürlich schwierig. Durch die gezogenen Abkommen mit den Franzosen und Engländern. Soll ich schnell Nordafrika einnehmen, weil dort Truppen abgezogen werden mussten, um die Fronten zu verstärken? Die Franzosen und die Engländer würden alleine schon verlieren, wenn ich den Ölhahn zudrehe. Zum Beispiel, ja. 30% meiner Produktion gehen nach Frankreich, 25% nach Britannien. Das wäre zum Beispiel auch eine Idee, wie sie nicht aktiv in den Krieg eintreten, aber eben ohne ein Abkommen zu verletzen, den Krieg zu einem Ende führen könnten. Ohne mein Öl würde dort kein Flugzeug mehr starten. Wir können das auch gerne so handhaben. Das ist natürlich... Da wären sie fein raus. Sie verletzen den Pakt nicht. Sie müssen sich zurückziehen, Stück für Stück. Kann man natürlich so sagen, ja. Und dann... Es bleibt ein anderes übrig. Dafür garantieren wir keinen Angriff auf amerikanisches Gebiet. Natürlich. Und keine weiteren Feindseligkeiten. Und wenn wir off-topic sprechen können, nachdem Frankreich und die Britische Union gefallen sind, ist das Spiel zu Ende. Und alles, was übrig bleibt, ist... Sieger-Nation. Sie haben ja gesehen, wie schnell die Penelux-Staaten wieder zurückgerobert worden sind. Ja, aber der Franzose ist nur durch mich so stark geworden. Ja, das glaube ich sofort. Ich habe den Franzosen, ich sage jetzt mal, fünf Jahre, 100 meiner Zivilfabriken geschenkt. Das haben wir auch so gemacht. Der sowjetische Riese hat Polen auch stark unterspitzt. Also, ich glaube nicht, dass sie Frankreich so schnell brechen können, weil er so stark ist, durch Bunker, Luftabwehr, Radar und alles. Ja, Bunker ist lästig. Aber wir brechen nicht Frankreich zuerst. Wir brechen zuerst England. Aber das ist auch sehr schwierig. Wie gesagt, die Luft überlegen. Wenn ich alle meine Bomber und alle meine Flugzeuge konzentrieren kann, kann ich Ihnen sagen, wir haben über zehn Flughäfen allein in Norwegen und Schweden gebaut. Ich komme selbst von Warschau aus in die Britische Union mit meinen Flugzeugen. Ich warte vier Monate, sammle zwei Millionen Öl und dann bombardiere ich England innerhalb von einem Jahr in die Steinzeit. Mit 10.000 Bombern. Das wird funktionieren. Vor allem, wenn England keinen Panzer auf die Straße kriegt und kein Flugzeug in die Luft. England ist nicht so stark, sag ich mal, von der militärischen Technologie. Ja, und ohne ihr Öl ist sowieso geliefert. Dementsprechend ein Handelsembargo würde nicht schaden. Es würde nicht schaden, doch. Denen würde es schaden. So ist es. Aber, ich kenne Sie mal, die französische und die englische Politik sind an Perfidität nichts zu überbieten. Hätten Sie eine Möglichkeit gesehen, Amerika den Durchstoß zu verpassen, dann hätten Sie es getan. Sie haben wahrscheinlich gedacht, Sie haben mit Polen und Deutschland hier an der Westfront leichtes Spiel. Und dann hätten Sie Ihre massiven Truppen, die Sie haben, hätten Sie abgezogen. Und hätten einen weiteren Kriegsschauplatz aufgemacht, während Sie mit der Sowjetunion beschäftigt sind. Das Problem ist halt, dass wir in diesem Krieg sieben Millionen Kommentaren getötet haben. Also von den sieben Millionen sehe ich hier 300.000 Frankreich, 1.000 Frankreich, 30.000 Frankreich. Dass unsere Landsleute hier halb Asien ausrotten müssen, damit irgendwas vorangeht und in Europa passiert nichts. So ist es. Also Sie haben sich auf ein Bündnisband-Wartner eingelassen, der seinen Teil nicht erfüllt. Naja, offiziell ist es ja kein Bündnisband, weil das ja nicht funktioniert. Jaja, aber es war eine Kriegsabsprache. Wobei die Britische Union auch 1,5 Millionen verloren hat. Wir haben alleine schon 500.000 verloren, weil wir einen Kriegsplan aktiviert hatten gegen Brasilien und den nicht gestoppt haben. Amerika hat sich umschliessig. Ich sage, die starken Nationen, Sowjetunion und Polen, wir haben noch Manpower ohne Ende. Deutschland hat über 5 Millionen Manpower. Ich sage es Ihnen, der Krieg ist nicht zu gewinnen. Nicht in der Mongolei. Der Krieg wird auch nicht in der Mongolei entschieden. Das wissen Sie selbst. Wir kämpfen uns jetzt hier von Fluss zu Fluss. Verluste ohne Ende. Und der eigentliche Kriegstreiber sitzt drüben und baut Flugzeuge. Macht Flugschoss. Das kann doch nicht im Sinne der Sowjetunion sein. Ich meine im Sinne der Amerikaner. Ich meine ja, im Sinne der Amerikaner. Entschuldigen Sie. Es ist schwierig, natürlich. Aber ich weiß nicht. Wir müssen mal gucken, wie in dem Öl. Ob das überhaupt geht. Doch, das geht auf jeden Fall. Ob ich das so einfach lennst? Einfach Kriegswirtschaft. Ich könnte es canceln, ja. Einfach Kriegswirtschaft. Oh. Den Engländern wird am 1. Oktober der Geldhahn und der Ölhahn zugedreht. Wunderbar. Was ist am 1. November? Ok, Oktober. 1. Oktober. Perfekt. Das ist wunderbar. Die Franzosen, wir sind es noch nicht sicher, weil unsere diplomatische Beziehung mit den Franzosen derartig gut war, dass wir, wir sind es nicht sicher, weil wir dann, wie soll man es sagen, derartig, an mein Bein schießen würden, weil wir mit den Franzosen sehr gut zusammengearbeitet haben, wenn sie wissen, wie ich meine, aber... Ja, ich verstehe das. Ja, wie gesagt, das ist... Ich töte damit halt diese Mächte komplett. Ist es nicht so, dass ein Land, das alleine keinen Krieg führen kann, keinen Krieg führen sollte? Ja, deswegen hat der Franzose ja auf meine Unterstützung gebaut. Sonst hätten diese wahrscheinlich auch nicht derartiges unernommen. Ich bin nicht mehr sicher. Ja, schlussendlich ist es natürlich ihre Entscheidung, aber sie sehen ja... Der Krieg wird ein schnelleres Ende führen, wenn man einfach einen harten Strich macht. Und das Leid der Bevölkerung ist... Aber wie sie gesehen haben, eine theoretische Landung in Amerika ist genauso irrational. Ja, ja, natürlich. Das, wie gesagt, das und das wurde ihnen auch zugesichert von der Sowjetunion. Das war nie die Absicht des Kommentaren. Bei weitem nicht. Amerika, den Amerikanern. Das war schon immer die Ideologie, die wir verfolgt haben. Und darauf haben wir uns auch verständigt. Darauf haben wir alle vertraut. Der 1. Oktober. Möchten Sie sich denn dann hier an einer Linie behaupten oder sich zurückziehen aus Asien? Weil wir können zwar sowjetischen und polnischen Truppen befehlen, keinen weiteren Angriff mehr zu führen, aber wir können natürlich keinen befreundeten Truppen mehr befehlen, einen Angriff nicht zu fliegen oder zu fahren. Wird aus der 0. Oktober. Er hat er noch, aber ich kriege ihn, ich hoffe. Na, die sowjetische Spionage sagt, dass der Franzose nur noch 12.000 Flugzeuge hat. Dann ist es vorbei. Zumindest war das, bevor wir in die Konferenz gingen. Also mit oder ohne Öl? Dann wäre es vorbei. Mit Öl dauert es nur länger und fordert mehr Opfer. Entbändigung des Weltkrieges durch Handelssanktionen. Wenn England und Frankreich aufgibt, dann greifen wir auch nicht weiter an. Italien hat kein Öl mehr. Das wird sie hart treffen. Das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und Frankreich hiermit auch nicht mehr. Wunderbar. Dann können wir die Angriffe einstellen. An der asiatischen Front. Dann gehen wir hoch und vielleicht verhandeln wir zu fünft über Kapitulationsbedingungen. Also nicht ihrerseits, aber von England und von Frankreich. Für das Wohle ihres Volkes. Ich danke Ihnen. Das war ein sehr, sehr weiser Entschluss. Sie wissen gar nicht, was für einen großen Dienst Sie erwähnten. Der Menschheit. Da sind wir auch zurück. Wir kommen zurück. Haben der französische und der englische Präsident gemerkt, was passiert ist? Mhm. Den französischen hat es noch nicht so gestört, weil er relativ vertrag ist mittlerweile. Aber die englische Wirtschaft könnte darunter gelitten haben. Also. Nicht wirklich. Nicht so sehr, wie erwartet. Okay. Also. Möchten Sie dennoch den Krieg fortsetzen? Dieser unwürdige Menschenkrieg. Also. Gleich auf jeden Fall. Okay. Haben Sie es gerade zu Ohren gekommen, dass die Britische Union Kriegsspiel gegen uns fingiert? Ja, nur um auf der sicheren Seite zu sein. Niederbayer, warum? Warum? Wenn uns die USA den Saft abfüllen, kann das doch nur eines bedeuten. Die USA haben sich mit Polen darauf geeinigt, dass wir diesen Krieg mit Handelssanktionen beenden. Ja, Frankreich ist das relativ egal, ich muss es tatsächlich sagen. Achso, Einstellung der Kriegshandlungen an der asiatischen Grenze, Werte, USA, ist das Thema? Ja, sorry, das wusste ich nicht, jetzt ziehe ich mich wieder. Ne, das haben wir noch nicht klarifiziert, weil dann schließe ich die 21 Divisionen nicht ein und lasse sie abziehen. Was? Ob es jetzt ist, muss man sagen, sonst gehe ich nicht weiter. Wir würden auf einen Status Quo aktuell doch gerne bestehen. Okay, ja, ja, ist okay. Gut, dann machen wir hier einen Stalemate draus. So ist es. Weißer Frieden. Wie gesagt, unsere Verbündeten unten in Romongolai. Da können wir leider nichts für, aber die haben eh keine Ausrüstung mehr. Nein, wir verstehen diese Aggression, wir haben diesen Völkern genug Leid zugefügt. So, dann hilft alles nichts. Dann wird der Russe fallblau. Endlich, fallblau. Wie gesagt, es ist traurig. Ich dachte, wir können das so einfach beenden. Was heißt denn einfach beenden? Ihr fordert eine Kapitulation. Wir würden eine Einstellung aller Kriegshandlungen fördern. Also einen einvernehmlichen Waffenstillstand sozusagen. Ja, das und eine Entmilitarisierung. Quasi, dass alle Nationen sich dazu bereit erklären, die Suchenstärke zu reduzieren. Aber eigentlich wollten wir, dass England und Frankreich kapituliert, ja, das stimmt. Nein, nein, das wird nicht passieren. Wir hätten das Staatsgebiet intakt gelassen, aber einfach, um zu sehen. Also ich weiß nicht, was England macht, aber das wird nicht passieren. Einfach, um zu unterschreiben, es ist vorbei, ihr habt gewonnen, wir machen nichts mehr. Also ich könnte mich darauf einigen, zu sagen, es ist vorbei, wir haben beide nicht gewonnen. Es gibt keinen Sieger, damit könnte ich leben. Zumindest Frankreich könnte er damit leben. Oder sagen wir anders, die Welt ist in einen großen Krieg gestürzt worden. Alle Nationen haben eingesehen, dass dieser Krieg sinnlos ist, haben ihn eingestellt. Und für den Rest der Weltgeschichte ist Frieden auf Erden. Ja, das würde sich eher besser anhören. Ansonsten wird dieser Krieg natürlich fortgesetzt. Also eine Kapitulation ist nicht möglich. Außer durch Waffe. Wenn ich es mal rein objektiv betrachte, würde ich sagen, egal was jetzt kommt, egal wie viel wir produzieren, ich glaube, das kommt auf ein jahrzehntelanges Status quo in Europa raus. Ja, genau so wird es sein. So optimistisch ich das auch sehen will. Also ich bin sehr optimistisch, dass England fällt. Also in England sind gerade acht Millionen Chinesen unterwegs. Ja, ja, das ist das kleinste Problem. Wie gesagt, alle Leute, die nicht nach England gehören, die sind das kleinste Problem. Weißt du, wie viel in England steht? Ja, ja, ich sehe es. Es stehen zu viele Divisionen da. Ich möchte mal meine Sichtweise den Franzosen und den Engländern beitreten. Wir hätten diesen Krieg von mir aus noch bitte in das Jahr 1970 fortgeführt. Aber wir haben kein Counterplay gegen diese U-Boote, um das mal so auszudrücken. Ja, das stimmt auch. Wir können in der Luft haben, was wir wollen. Wir können im Wasser haben, was wir wollen. Aber der Handel, den wir mit ihnen auch vollziehen, wir könnten auch geschlossene Wirtschaft machen. Dann wäre das uns egal, dann müssten wir nicht mehr so doll handeln oder was weiß ich. Aber dann wären sie genauso am Arsch, wenn wir zumachen unsere Wirtschaft. Und das, es ist halt schwierig, wenn wir sie versorgen und unsere Convoys dann durch unsichtbare Feind-Machinerie eliminiert werden. Wo wir nicht mal eine Chance haben, diese zu sehen. Aber das mit den U-Bosen ist echt schlimm. Ich finde die auch nicht, das ist zum Kotzen. Also, wenn Sie verstehen. Also, normalerweise, die Geschichten, die wir geschrieben haben in Hearts of Iron, waren meistens jetzt nicht so ewig, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Dass Vierer-U-Boote einfach wie Alienschiffe durch die Meere gleiten. Und unsere Handels-Convoys aber so hart in den Anus nehmen, dass das blutet. Wir waren bei 20% Kriegsstabilität. Ja, ich habe es voll mit zwischendurch gesehen. Das Ding ist, guck mal nach, was das Vierer-U-Boote hat von mir. Das Vierer-U-Boote hat von mir eine Surface Visibility von 1. Ja, wir waren bei 20%, sind jetzt wieder bei 66%, weil wir jede Kriegspropaganda, jetzt auch sogar gegen die, danke an die Briten, weil wir jetzt wieder Kriegspropaganda machen können, ähm, das von mir aus hätten wir den Krieg ewig fortführen können, aber das ist, und der Krieg würde auch ewig gehen, natürlich. Gegen Amerika auf jeden Fall, aber, ich sag's Ihnen. Wir haben es, wenn wir es kurz noch sagen dürfen, wir haben es nicht übers Herz gebracht, sie aktiv zu schädigen durch Truppenaktivitäten in Europa, sondern wir haben den, wie soll man es sagen, den passiven Weg gewählt. Süßes. Durch Wirtschaft. Amerika hat sie nicht verraten. Das hat niemand gesagt. Amerika hat das getan, was das in der Besten ist. Wenn das nun Verrat ist, dann ist das so, ne? Nein, Spaß. Naja, sorry, wenn's wirtschaftlich am besten ist, wenn die Wirtschaft zum Grunde geht durch Handeln, dann muss man Handel einstellen. Oder das Volk. Wir handeln mittlerweile ja wieder, ja, das ist ja kein Ding, aber es ist einfach das Ding... Wie, was, jetzt wird wieder gehandelt? Na, wir handeln allgemein, sonst können wir die Hälfte unserer Dings nicht produzieren. Hm, okay. In allen möglichen Ländern Handel. Aber die Leidpacht, die macht... Ja, wir haben 30% den Franzosen, 25% der täglichen Produktion der Briten gesendet. Natürlich. Wobei ich tatsächlich sagen muss, wo du das abgebrochen hast, hab ich festgestellt, das war gar nicht mehr nötig. Ja, dann ist ja gut, ja. Aber... Irgendwann, also man kann zumindest jetzt nicht 300% Flugzeuge in der Luft haben, ohne dass nichts passiert. Ich denke mal, dass du rein objektiv betrachtest, vom russischen Kontinent hätten wir dich mit dem Runder geprügelt. Ja, wir hätten Amerika, hätten wir Stück für Stück vertrieben, aber es wäre drei Jahre gedauert, hätte das. Das Problem ist, dann können wir nicht übersetzen, weil die Seherrschaft hat da... Das stimmt. ...Amerikaner. Dann stehen wir da, dann stehen wir in Europa und dann... Ja. Warum glaubt der Paul, dass es so einfach wird in Großbritannien zu können? Ich hab nie gesagt, dass es so einfach wird, aber wir kriegen die Luftherrschaft. Also, was den Luftkrieg angeht, ne, da bin ich sehr überrascht jetzt über die französische Luftarmee. Also, tatsächlich, wo ich das vorhin gesagt habe, dass ich die falschen Flieger genutzt habe, ne, da war ich 800 ältere Jetfighter im Minus. Mittlerweile hab ich schon wieder zweieinhalb Tausend reingestellt und geh immer mehr ans Plus. Ja, das ist das. Wir haben jetzt, wir sind im Jahr 1954, fast 55. Wir haben alle eine Wirtschaft, die ist in Hearts of Iron nicht normal. Also, normalerweise dreht sich das hier um, ja, um Kriegstage, die eher sind, sag ich mal. Und mittlerweile haben wir auch nicht mehr so einen krassen Unterschied wie vorhin, wo du gesagt hättest, 1 zu 10. Ja, das stimmt. Ich seh's ja schon, dass ihr wieder was abschießt. Aber das Ding ist... Mittlerweile mach ich zum Beispiel jetzt gerade 25 und du hast 60 verloren. Und das Problem ist halt, ich hab auch fast 300 Fabriken in Jetfighter 2. Ja, das Problem ist, du kriegst nicht genügend Flugzeuge in die scheiß Luft, dass ich mehr abschießen kann, als du herschießt. Aber es werden immer mehr. Ja, eben. Du kriegst nicht mehr Flugzeuge in die Luft, dass du nicht mehr gegenproduzieren kannst. Ich hab... Scheiße. Ich könnte hier wahrscheinlich 40.000 Flugzeuge mit meinen... Ja, aber die kriegst du da nicht hin? Doch, krieg ich. Also ich komm auch nach Nordengland mit den Flugzeugen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, es bringt nichts, ob ich jetzt 10.000 da drin habe, weil ich kann nicht mehr abschießen, als da sind. Ich muss jetzt übrigens... Weißt du, warum du gerade gewinnst? Weil mir gerade das Öl ausgegangen ist. Aha, das ist auch schlecht. Das... Das... Ja. Wenn man der Öl hat... Also ohne die Sowjetunion... Wenn wir beide die Sowjetunion und Amerika ein Bündnis gemacht hätten, ich glaube, wir hätten einfach nur durch Öl gewonnen. Ja, dann hätten sich aber alle anderen gegen euch verbinden dürfen. Ja, das ist klar, aber wir hätten einfach so viel Öl gehabt. Und ihr müsst denken, äh... Es gibt nur polnische Flugzeuge, die in Frankreich kämpfen. Also... Ich hab doch gerade eben 4.000 gehabt. Hast du jetzt hingestellt? Ja, ja. Aber vorher hab ich die ganze Zeit alleine geklärt. Ja, ja. Vorher auch. Waren vorher auch schon Sowjetische da in Belgien und so weiter. Ja, aber es waren nicht viele. Es waren immer nur so ein paar. Hm. Ich würde mal verstehen, wie viele... Kann man irgendwo nachlesen, wie viele Convoys man versenkt hat? Weil das muss ja eine... Bei mir? Nein, allgemein. Wie viele Convoys man versenkt hat? Kann man das irgendwo nachlesen? Ich habe... Man muss jetzt meine Zahl... Wenn ich über Boseport drübergehe, könnte ich heulen. Überfallende Handelskonvoys... ...Minus 50%... ...Wöchentlich Minus 2,2%. Also, ich kann dir sagen, dass mindestens 5.000 britische Convoys versenkt hat. Nur mal so. Im aktuellen Krieg, ne? Der Gegner hat 4.459 Schiffe durch mich verloren. Also, was auch Convoys mit zählt. Wo siehst du denn das? Ich gehe oben auf den Marines Tab F2 oder Shortcut P bei mir jetzt mittlerweile oder O. P. Keine Ahnung. Oben auf dem blauen Button. Warten und dann siehst du oben ein Papier mit dem Schädel. Lost Chips. Neben Navy Überblick. Overview. Finger, blöd. Dann steht dein Naval Lost ist. Ach, guck mal. Ich gucke gerade... Es steht hier da bei mir... ...aktuelles Jahr... ...700. Hey, wie kann das sein? Das ist nie so viel. Current Year ist das. Ja. Ich glaube, es ist mehr als Current Year, weil ich habe mehr als... Ich habe... Das geht länger als... Oh, klappt das mal auf. Dann siehst du, was du insgesamt versenkt hast. Wir haben nichts versenkt. Das ist das Problem. Wir haben... Also versenkt habe ich insgesamt in allen Kriegen 27.400 Convoys. Ja, und das Ding ist, man kann das nicht counter. Weißt du, wie es meine? Du kannst das zu jemandem machen. Du kannst U-Boote, du kannst Radar haben, du kannst Flugzeuge haben, du kannst Destroyer haben. Die werden nicht gefunden. Die sind einfach unsichtbar. Ja, ich weiß, das ist es halt. Was Problem ist, dann... Irgendwann haben die einen Status von hier, äh... Soll ich das jetzt grad abschließen? Von Veteranen oder was auch immer die alles nachher haben. Ja, aber dann ist es unmöglich. Das ist halt das Ding, warum... Wo ich vorhin das gesehen habe, zum ersten Mal, wo ich Meuterei gesehen habe, da... ...wollte ich anwesend schon die Hände heben. Wollte ich sagen... Wurde, Leute. Weil das... Du kannst nichts machen. Du findest sie nicht. Das Problem ist, du kriegst ja später, wenn du so viel Stabilität und Kriegseinschützen verlierst, Meutereien und, äh... Ja, hatte ich. Ich musste schon 150 Opfern. Und ich habe mir gedacht, hä, ich wurde nicht mal benachrichtigt, dass bei mir Konvois abgeschossen werden. Ich wurde nicht... Ich hab mir nicht mal eine Meldung gekriegt. Ja, aber falls es über Landlees geht. Und über Landlees kriegst du keine Info. Na, aber ich habe... Ich habe denen doch Landlees gegeben. Ja, aber du gibst denen Landlees, deine Ausrüstung wird auf ihren Schiffen transportiert und die werden versorgen, das heißt, deine Ausrüstung stirbt. Während sie auf dem Weg zum anderen Land sind, auch wenn es nicht deine Konvois sind, ist es ja deine Ausrüstung, die flirten. Und das findet das Volk ungeil. Ja, das ist mir schon klar. Ich möchte noch mal kurz die Luftschacht um Frankreich ansprechen. Ich habe jetzt mal die Statistik des letzten Jahres offen. Also, im letzten Jahr habe ich 10.000 Flugzeuge verloren. Eigentlich alles durch, äh gut, 500 durch Unfälle, aber das ist eine andere Geschichte, das sind Franzosen, die dürfen das. Ihr habt insgesamt Jäger 12.500 verloren und habt 2.000 Bomber verloren, von denen 1.200 tatsächlich durch Anti-Air abgeschossen wurden. Also schießt die Anti-Air doch was ab. Ich habe das Gefühl, die Interrupted eher nur, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also danach schießt die auch ab. 12.000, äh Quatsch, 2.000 Flugzeuge hat die abgeschossen. Aber nur Bomber, nur Bomber, keine Idee. Ich schlau mir gerade mal hier nur die Werte über Nordfrankreich an. Bei mir steht jetzt nur Our Fighters Lost 3.800 eigen, äh, äh, deren 3.8, unsere 3.000. Aber Our Bomber ist Disrupted. 222.656 Versuche zu bombardieren wurden Interrupted. Boah! Na, bei mir steht da bei Interrupted Enemy Bomber steht da 444.000. Naja, das Interrupten ist halt stark. Warum machst du das, was sich das Anti-Air so stark macht? Ich kann euch empfehlen, immer nur eine Mission bei Jägern anzumachen. Also entweder, warte, ich muss mal kurz gucken. Luftüberlegenheit oder Abfangen. Gut, Abfangen brauchst du ja nicht, wenn du keine Bomber in der Luft sind. Ja, aber Luftüberlegenheit hat immer nur eine Mission, dann sind die deutlich stärker. Sind die effektiver. So ein Tipp. Gute Tipp. Wissen. Im Krieg wollten wir das natürlich nicht verraten. Naja. Aber jetzt ist ja vorbei. Was ist jetzt vorbei? Wir müssen ja England noch besiegen. Ja, wir kommen jetzt endlich mal in Brasilien voran, weil wir uns jetzt nicht immer konzentrieren können. Das wird nicht passieren. Doch, doch, alles gut. Jetzt nach Franzosen spielen wir seine Flieger. Jetzt haben wir auch endlich mal Öl. Was, wenn die USA kein Öl hätte? Ja, weil wir alles in ihren Rachen gepumpt haben. Aber das Problem ist, ich habe einfach kein Öl. Kann man einfach mal Russland hier den Krieg gegen Nordfrankreich, den Luftkrieg übernehmen? Ich habe mir auch schon vorgestellt, wenn ich jetzt auf geschlossene Ökonomie mache, dann ist halt unser komplettes Bündnis im Arsch. Ja, sicher ist das. Deswegen darf man das natürlich nicht. Ich schalte mal auf freien Handeln. Das müsste mich hier selber nicht wirklich großartig betreffen. Okay, ich bin mega Stahl im Minus. Ups. Ja, Stahl und sowas. Also wenn du das machst, freier Handel, du bist instant. Stahl, grob, alles wie das. Okay, ich gehe wieder zurück. Danke. Weil das Ding ist, wir haben alle eine Milliarde Militärfabriken und die Ressourcen sind jetzt doch irgendwann auf der Welt begrenzt. Ja, klar. Am Anfang geht das vielleicht noch, als so große Nation. Aber irgendwann sagt sich die Wirtschaft... China ist noch Stahl. Ja, 59 zu 33. Komm schon. Bei Nordfrankreich haben wir 60.000 Flieger, aber die kämpfen nicht effektiv, weil sie kein Öl haben. Ja, 46. Aber wir schliessen noch 2 zu 1 ab. Also der Sieg ist da. Einfach nur mehr Öl. Aber ich habe ewig auf diesen Moment vorhin gewartet. Den sibirischen D-Day. Ja, ich verstehe auch nicht, wie da die Landung lücken könnte. Da hat der sowjetische Berg geschlafen. Aber das Coole war, wo sie mir in Brasilien helfen wollten, haben sie gesagt, sie müssen hier mal Marines ranholen. Und ich dachte mir so, ach du Scheiße, es stehen 80 Marines, die sind alle bereit nach Russland zu gehen und dann sagen sie, wir brauchen mal Marines. Und dann haben wir so, ach du Scheiße, bitte. Ne, das geht jetzt nicht. Das war einfach cool. Ja, Marines wäre super gewesen da für Brasilien, ne? Ja, aber die waren ja alle beschäftigt. Ja, ja. Das war trotzdem. Geil. Ja, Amerika ist halt die Spezialität Marines, ne? Ja. Aber ich muss sagen, die Runde jetzt war echt mal eine richtig interessante, muss ich sagen. Ja, mit den gewürfelten Dingern ist cool. Ja, das macht Spaß. Aber ich schlage auf alle Fälle die Regel vor mit dem U-Boden. Das ist ja komplett. Und die Generalregel raus, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja... Das ist ja nur Aids. Ja, das ist einfach nur ein Kampf. Ein bisschen ist irgendwie anders. Ja, da wird mal gesprochen, man kann ja machen, dass man, äh, wie heißt es jetzt, äh, ja. Generell, da benutzt die aber gar nicht levelt. Die dürfte zwar so mit der Zeit leveln, aber man darf keine einzigen Skills skillen. Ja, ja, ja. Aber wenigstens irgendjemand, weil da gehen ja nicht mal die, die Battlepläne der Doktrinen werden genutzt. Ja, das ist ja halt. Das ist ja nicht mal Kampftaktiken. Ich weiß nicht mehr, was ich forschen soll. Also, ich glaube, hätten wir nicht alle zusammen vorhin gegen Italien in Deutschland gekämpft, wir würden jetzt noch dort rumgammeln. Spanien hat auch erschreckend lange gehört aus. Ich mach jetzt einfach eine nuclear-Forschung, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wunder mich, dass du Spanien eigentlich freigelassen hast. Und dann weißt du ja, wie die spanischen Divisionen so gekämpft haben immer. Und das Sharkin-Rhodi Suizid begehen, fand ich auch nicht so lustig. Nee, Sharkin-Rhodi hat kein Suizid begangen. Rhodi wurde suizidiert vom Engländer, weil der auch Freiheits in Indien gemacht hat. Ja, aber trotzdem Bürgerkrieg, Bürgerkrieg, ne. Ja, mit Absprache mit Indien. Ich will sagen, es sollte eigentlich heißen, dass er freigelassen werden, das war auch richtig. Dann hättest du aber durch mich freigekommen, eine andere Ideologie, und das hat ihm den Bürgerkrieg eingeschafft. Also, eigentlich hat Mozi Moody getötet. Ich wusste es nicht. Ja, nee, ist ja klar, aber durch die durch... Es war Mangel der Absprache, würde ich mal das nennen. Weil dann wär's erzählt, da hätte ich es nämlich nicht gemacht, weil dann wär er eh freigekommen. Eben. Aber so hat er sich... Kannst du die mal reinrufen, da sind die schon drinnen. Ja. Also, eure Bomber sterben wie die fliegen gerade. Ich verliere zehn Jäger und ihr 600 Bomber an einem Tag. Was sind Raketen? Bei mir sind da Bomber. Was sind Raketen? Die KI schickt rein, auch über Norwegen, das sind... Mein Aschi Chefs M4, das sind für mich Bomber. Also, und da drunter 16 Advanced Guided Missets. Dann macht das die KI, wie gesagt. Aber sonst von uns sind keine da, aber zumindest von mir nicht. Nee, aber die Verlustzahlen... Ich seh gerade, das sind Bomber 1. In der Luft sind 1000 Bomber, aber die Verlustzahlen sind durch meine... Aber deine Raketen werden mir nur 8 angezeigt. Ja. Also zerstört. Der Rest sind Bomber, die ich zerstöre. Aber keine Ahnung, wie sich die Zahlen hier zusammensetzen. Nee, wie gesagt, keine Ahnung. Und den Jägerkampf irgendwie ist das gleich, muss ich sagen. Ja, den Jägerkampf ist ausgeglichen jetzt. Ja, ja, ich hab ja auch... Es sind ja nur noch meine Flieger, meine 6000. Sondern ich hab ja... Vom Dings kommen ja keine mehr von... Von Polen. Polen, da kommen ja keine mehr. In Polen muss man kurz ein bisschen... Hinehalten mit den Flugzeugen. In den Maus. Ja, das Öl, ne? Das ist immer das Problem. Das ist ja der Pole, er hat nicht so viele Truppen. Aber die wenigen Truppen, die er hat, die sind hochspezialisiert. Das ist der Vorteil. Aber das ist halt schwierig dann. Übrigens, das ist schon 10 nach 10, ne? Oh, das stimmt. Das hab ich jetzt nicht gesehen. Wie sieht's denn aus mit einer Kapitulation? Also, wir können uns gerne auf dem Wappenstillstand entscheiden. Ja, aber das ist mau, wenn wir schon zu stark am Gewinnen sind. Oh, ihr seid nie am Gewinnen. Das ist ja mal offensichtlich, wo wir am Gewinnen sind. Überall, an allen Fronten. Ja, gegen der Merleger gewonnen, ja. Tja, entweder das, entweder das, oder wir spielen das nächste Mal weiter. Da wird dir nichts helfen, ne? Dann müssen wir aber weiter spielen das nächste Mal. Was? Brite, Brite, was heißt gewonnen? Ich musste, ich musste, 20 Dinger alleine da drüben handeln. Wirtschaftlich, äh, sie über Wasser halten. Das ist, ich hab mir den Arsch aufgerissen für Sie, Herr Brite. Wie ist es? Ja eben, selber schuld. Wow! That's nice. Was? Selva schuld, sagt der Brite. Haben Sie das gemacht? Selva schuld. Der Schöne ist, ich habe gerade... Ich habe gerade von unseren Direktiven einen Auftrag bekommen, Nuklearschläge auf japanischem Boden zu veranlassen. Das ist immer gut. Nagasaki in Hiroshima sind aber französisches Gebiet. Ja, mein Gott, was hier ist. Ist ja unwill. Naja, ich sehe es. Ach, ist das hier eine Entscheidung oder was? Ja, ja. Oha, also du kannst Atombomben schmeißen, obwohl du gar keine erforscht hast. Ich hab's erforscht. Ach so. Einfach, weil ich alles erforscht habe. Ich erforsche auch über Nuklearwaffen, wenn ich weiß, was ich machen soll. Ja, weil keine produziert. Ja, ich hab keine erforscht, weil ich wollte nicht, äh, auf die, auf den verleitenden Gedanken kommen. Und jetzt so, geheimwaffe, 30 Atombomben auf Frankreich geschmissen. Ja, ich glaube, ich glaube, wären Atombomben erlaubt. Hier wären 300 Atombomben in der ersten Kriegswoche gefallen. Ja, weil ohne kommt's nicht weiter. Ja, wer halt effektiv gegen Flugzeuge. Ja, aber das ist, da wären in den ersten Wochen 100 Millionen Leute, wären gefallen, nur durch Atombomben. Britisch-Italien hat kapituliert, was soll das sein? Oh, Sardinien haben wir, okay, sehr schön. Hm. Spizilien war das. Spizilien, ja, Sardinien haben wir ja schon lange. Das ist ja polnisch-Italien jetzt. War ich jetzt erst aufgefallen? Ja, aber ich hab da nicht mehr hingeguckt. Als ihr gesehen habt, die Verstärkung da war, hab ich gedacht, ja, ja, lass, lass ich mal so. Ich hab da nicht mehr hingeguckt gehabt. Ja, ja, eben. Papain, willst du das wirklich noch zu Ende bringen? Ja, komm, jetzt haben wir Italien wieder vereinigt, fast. Komm, das ist ja... Also ich sag, also meine Expertise ist, wir gewinnen das, wenn wir weitermachen. Vielleicht in drei Monaten, ja. Ja, naja. Oh, da schieben wir eine Weile, ne? Ein, zwei, drei Tage, dann sollten wir, also in drei, vier Spieltage, dann sollten wir das gewonnen haben. Drei, vier Spieltage, ja holla. Ich werde mich an dem Krieg nicht mehr beteiligen, ich mache hier nur noch Brasilien und dann gratuliere ich nur noch. Eingegrabene Scheißhaufen hier, das natürlich... Alles eingegrabene Schnapsen sind, hat. Ja. Es sind keine Franzosen. Panzer kommen da nicht her, jetzt meine Panzer müssen wir da rein, komm. Neun. Neun Durchbruch. Gut. Da haben wir. Luftüberlegenheit und dann der Scheiß hier. Was soll denn das? Der Zehnerbunge im Gebirge ohne General ist scheiße. Ja schon, da springen wir halt dahinter rein, das ist ja kein Problem. Da steht auch alles voll. Es ist ja nicht nur eine Linie, es sind hunderte Linien. Ja, aber die müssen wir halt... Stück für Stück müssen wir die halt ausraubern, das hilft alles nicht. Was ich sonst als Vorschlag hätte, ja ich weiß, das hat in der vorherigen Zeit auch schon oftmals nicht gut funktioniert, aber die jetzige Runde in der Woche machen... Das Thema hatten wir schon, das machen wir sowieso nicht. Das machen wir höchstens einmal und dann war's das. Ich weiss, wir gewinnen, auch wenn es lange dauert, aber ich weiss, dass wir gewinnen, weil ihr führt nur einen Verteidigungskrieg und den könnt ihr nicht ewig durchhalten. Doch. Nein. Doch. Könnt ihr nicht. Das ist dasselbe wie damals mit Niederbayern, als er Amerika gespielt hat. Da haben wir ihn komplett eingekreist, weil er zuerst große Fresse hatte. Und dann... Weil keiner von den anderen Pappnasen irgendwas gemacht hatte. Und dann haben wir ihn geknackt, Stück für Stück. Ja, weil Niederbayern irgendwann aufgegeben, nur weil Niederbayern nicht die Eier an der Hose hatte bis zum Ende zu kämpfen. Nein, gar nicht. Das wird das ja auch machen. Wir sind in Alaska gelandet und haben uns die Küste runtergekämpft. Weil das das der einzige Fleck war, der nicht befestigt und nicht geplant war. Ja, Alaska ist aber wichtig. Ja, 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 aber... Von der Seite hatte ich mich nicht miteinander gerichtet. Und dann kam der Russe da an und hat... Ja, der Franzose kam da. Nein, der Spanier hat sich da durchgehängt. Ich glaube es kam alle dazu. Französische Schlachtschiffe haben das wegbombardiert. Dann kam der, kam einer voneinander mit Panzer. Ich würde mal sagen, egal was wir machen, wir können jetzt pausieren. Da ist es schon für die Elf. Ah, okay. Ja, okay. Ja, das ist... Ach, das ist halt schlimm. Weißt, das Problem ist, ich würde gerne Spiele zu Ende führen, aber es dauert... Ja, das Problem ist... Es dauert jetzt aber wieder so ewig, dass da bestimmt die nächsten, ich sag mal, zwei bis drei Sonntage lang keine neue Runde starten können. Die anderen sind auch heiß drauf mitzumachen. Ja, aber ihr müsst euch mal vorstellen, mit den anderen Neuen, wir kriegen ja noch mehr Spieler, das wird noch länger gehen. Vielleicht. Ja, aber es wird lustiger, weil ich denke mal, mehr Leute sterben relativ früher. Ja, eben. Schau mal, Sharky ist beim ersten Mal. Sharky hat sich halt am ersten Tag selber rausgenuspert. Und du weißt halt auch nicht, was für eine Nation du spielst. Wenn du nur so ein kleines Kacklein spielst, dann stirbst du halt eher auch, ne? Wenn du Scheiße baust. Ja, stimmt. Gute Politik. Da müssen wir aber... Na, Bündnisregeln würde ich gar nicht ändern, weil da sind halt mehr Bündnisse da. Das ist ja nicht so wild. Also, wenn jetzt mehr Miner nächstes auch spielen kann, dann hast du auch häufiger Dreier mit Miners. Jetzt kann ich ja wieder einen rauchen gehen. Ja, stimmt. Du kennst ja so. Ja, stimmt. Aber wollt ihr dann nächste Woche noch weiterspielen, wenn ich nicht da bin? Nein, ich glaube, wir beginnen ein neues und wenn du nicht da bist, dann machen wir eine Woche Pause, weil das ja auch mal fein ist. Und dann können wir auch alles vorbereiten, richtig? Und mit Mods abstimmen, ob wir Mods spielen wollen. Also, möglich. Ich hab gesehen, im 1300 Mod gibt es einfach ein Land, das heißt Mosi. Da ist natürlich klar. Das Problem ist, das kannst du nicht spielen, weil du gegen fünfmal so stark von Anfang an einen Krieg hast. Ja, Mosi verliert, wie es immer so ist. Ich hab da so mal reingeguckt, ob es von der Stabilität so läuft, und dann seh ich nur, Mosi hat kapituliert. Ich denk mir, was? Dann mach ich schnell die Abmoderation und bin dann da. Also, ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, aber ich glaube, ihr seht, dass wir gewinnen. Mosi, wir sind immer im Angriff die ganze Zeit, wo wir den Krieg nicht wollten. Wobei dann schon. Aber wir hätten das geschafft. Aber es macht natürlich keinen Sinn für euch hier nur Schlachten zu sehen. Ich glaube, ihr seid dabei, weil ihr das sehen wollt, was ihr in der letzten und vorletzten Folge gesehen habt, wie wir versucht haben, Amerika davon zu überzeugen, abzudrehen und abzuhauen, damit wir gewinnen können. Mit der Amerika hat weiter Druck gemacht, wäre das hier halt gestanden. Wir hätten drüben den Krieg führen müssen, den wir nicht gewinnen hätten können, weil wir Amerika nicht besiegen, aber wir hätten sie rausgekriegt. Und das hat halt das jetzt hier um fünf Jahre verändert. Ich glaube, ihr seid dabei, weil ihr gerne ein bisschen blödes Quatsch sehen wollt. Und das war's. Und deswegen hoffe ich, ihr seid nicht böse, wenn wir dieses Spiel hier beenden. Ihr könnt euch ja denken, wie es weitergegangen wäre. Und dann starten wir vielleicht mit einem neuen Mod, aber auf jeden Fall mit einer neuen Runde und drei neuen Spielern. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.